Hier ist die Seele, das Herz und die Seele unseres Landes. Wir nennen das auch, wie man sieht, die Genius Bar. Mit absoluten Mac-Spezialisten und die Genius Bar. Egal welches Problem man hat und egal wo man sein Mac auf dieser Welt gekauft hat, hier sind die Spezialisten, die helfen bei verschwundenen Lösungen. Ob Systemprobleme sind oder auch noch vorhanden zu einem iPhone oder Reparaturen. Hier wird unser Kumpen gerolten. Wir haben ebenfalls ein ganz beliebtes Service-Produkt. Das ist ein Problem zu erwerben. Das wird zu erkennen. Das ist ein 1-2-1-Session. Jeder Kunde, der ein Mac kaufen kann, eine 1-2-1-Session verschieben. Und für 9-2-1-Jahre kann man ein Jahr lang Links von dem Creative Arts haben. Wir machen auch einen Personal Setup, wenn man mit einem anderen sich unterbrochen, hier ein Mac-Book kaufen. Als auch mit den Creative Server Workshops erstellen, Präsentationen und Musik. Das muss man auch wieder haben. Und hier, last but not least, auch für unsere Clients. Und am besten eine Ecke zu spielen und auch unsere Edifationer-Software-Canceler. Okay, das wäre es erstmal so an Einleitung der Erklärung. Wenn Sie noch Fragen haben, erst ich, wir stehen hier bereit. Nützen Sie jetzt die Gelegenheit, machen Sie Bilder. Sprechen Sie auch unsere Kollegen an. Wenn Sie Probleme haben, können Sie sofort an die Genius Bar gehen und wir bleiben weiter für Sie als Ansprechpartner. Bereit um 9.40 Uhr, wie wir schon darauf hingewiesen haben, müssen wir dann rausnehmen. Und um Punkt 10 Uhr geht es dann hier mit den ersten Punkten. Erstmal vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.